Guten Morgen, Kallen! Hey, Morgen! Wir stehen jetzt hier und sprechen über die Stadtsache. Was ist die Stadtsache? Die Stadtsache ist eine App, die ein Werkzeug ist, um die Stadt zu erkommen. Was ist deine Rolle bei der Stadtsache? Meine Rolle ist die Entwicklung, also App und Server. Das war es eigentlich. Wie ist die Idee dazu entstanden? Ich habe ganz viele Stadtentdecker-Workshops gemacht und wir waren alle mit den Smartphones unterwegs. Und immer wenn wir dann zurückkamen und sehen wollten, was haben denn die anderen gefunden, war das Ganze ein Gehessel einfach mit allen Apparaten und allen Geräten. Und ich habe gedacht, wenn wir eine App hätten, in der wir gemeinsam arbeiten können zu bestimmten Themen, dann wäre das sortiert, es wäre leicht zu präsentieren. Einfach jeder könnte mitkriegen, einfach was hat der andere gemacht. Das war so die Grundidee. Wie funktioniert das? Ist das wie ein Container, der in der App dann quasi eröffnet wird? Ja, wir nennen das Sammlung. Also es heißt Sammlung, da können halt Gruppen ihre Fundsachen reinsammeln und sortiert nach bestimmten Fragen oder auch selbstdefinierten Fragen oder vorgefertigte Fragen. Es gibt halt zwei Methoden, sich der App zu nähern. Einmal die öffentliche Version, da sind halt schon viele Fragen verfügbar. Entschuldigung. Und man kann halt auch eine eigene Sammlung machen, wo man halt auch eigene Fragen und Aufgaben definieren kann. Wer nutzt diese App? Kommunen, einfach um Partizipationsprojekte durchzuführen. Also die gehen dann in Kontakt mit Kitas, mit Schulen, mit Jugendgruppen, einfach damit einfach Kinder und Jugendliche auch eine Stimme in der Stadt haben. Oder eben auch Schulen, die damit Projekte machen, Projektwochen zum Beispiel. Oder eben wie in Düsseldorf gerade das Jugendamt, das einfach Stadtteil für Stadtteil mit der Stadtsache dann die Kinder und die Jugendlichen die Stadt erforschen lässt, um das dann auch wieder weiterzugeben an die Planung. Ihr habt gerade eine Session zu dem Thema gehalten, zwei sogar, glaube ich. Wie waren Sie Rückmeldung? Ja, also das hat genau das ausgestrahlt, einfach schon in der Vorstellungsrunde, wie unterschiedlich die Themen sind. Da sitzt dann derjenige, der mit geistig behinderten Kindern arbeitet einfach und eine Anwendung sucht zur Verortung von Stadt draußen, einfach die leicht zu bedienen ist. Oder es ist die Spanischlehrerin dabei, die gerne einfach ein binationales Thema machen möchte, in dem einfach in Spanien einfach Fundsachen gesammelt werden und eben in Köln Fundsachen gesammelt werden. Dann gibt es einfach die Lehrer, dann gab es die Touristenverbände irgendwie. Also genau so breit ist es eben und das ist einfach, weil es ein Werkzeug ist und man damit einfach ziemlich maßgeschneidert auf seinen eigenen Wunsch hin arbeiten kann, wenn es darum geht, Dinge zu verorten. Bist du selber auch ein Stadtwanderer? Nein, ich bin ein Schreibtischsitzer. Du bist die Stadtwandererin? Ja, genau, genau. Ich bin immer die, die unterwegs ist und die die Stadt untersucht und andere gerne dazu anregen möchte, das auch zu tun. Super. Wir schicken die beiden wieder raus ins Digital Education Day Camp, oh Gott, ins Bildungscamp. Danke für euch. Wie gut, dass wir so wie ich so Schotterer haben. 2.0 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.